Wie heißt die Waffe? Neus Oxygen, die ist relativ weit unten links. Hat ne grüne Spitze, ne grüne Umrandung glaub ich sogar. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Also, wenn jemand damit gleich abgeschossen wird, Manu. Nö, ich bin's nicht, nö. Mordado, kannst du bitte damit aufhören? Oh, okay. Okay. Ja, Manu, ich vertrau dir einfach, okay, warte. Ich bin sogar inhoch, weißt du noch mal Glück gehabt? Gib mir Schicksal, damit kann ich doch niemanden weh tun. Mir ist egal. Warte, hier, nimm einfach ne MP5. Hahaha. Okay, gut. Wen soll ich damit töten? Hallo Freunde. Hallo. Ich bin nicht Freunde. Ich bin nur eins. Ich bin nicht dein Freund, geh weg. Nein, 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 nein. Was? Ne Kamera. Kamera kann ich dir auch noch kaufen, klar. Ne, ne, nicht mir. Oder geht das so? Doch, doch, geht. Was ist getroppt hier? No, als ob wie ob. Ja? Hör auf mich zum Blocken. Welchen Raum? Paluten, ne? Oh, Paluten! Ja? Ich hab dir schon mal beigebracht, Palut, dass es gefährlich ist. Okay, ich hab's. Oh, oh, hi. Gib weg! Oh, oh. War da, du? Ja? Whoa! Da ist immer ein Tod. Irgendwer hat sich gerade neben mir mit dem Fass in die Luft gesprengt. Hast du es gesehen, Zombie? Das war wahrscheinlich... Achso, jetzt haben wir das nicht. Nein, nein, das war er selber. Ich muss gleich die SWAT-Einheit anrufen. Ich brauche eine SWAT-Einheit. Hier hat jemand eine Geisel. Ja, ja, ich bin da. Ich bin hier. Okay, in dem Raum ist ein Geiselhalter. Am besten keine Toten. Also, in dem Haus, in dem... Was, ist das eine Geisel drin? Ja, ja. Osaft hat eine Geisel festgenommen. Ah, eine Leiche. Oh, ich bin angeschossen. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Okay, ich töte jetzt irgendeinen davon. Ich töte jetzt irgendeinen. Klaus, wenn du es nicht bist, dann töte. Wo seid ihr denn? Manu, du bist gerade vor mir. Ich bin relativ weit hinten. Du bist das doch! Nein. Aua. Er fliegt erst mal runter. Nein, nein, nein! Osaft, schieß mich an! Ja, Manu, die Zeit ist abgelaufen! Klaus, du bist das! Ich sterbe, ich vergif... Ah, ich bin auch vergiftet. Äh, nein, ich habe eine Scout. Zombe ist es, zombe ist es. Ich komme wieder, lebe sie noch. Komm her, komm her! Manu, wo bist du? Zombe ist es, der hat auf mich geschossen. Manu! Ich habe ein Medikit für dich! Es ist Zombe! Okay, dann nehme ich es selbst. Es ist Zombe. Hä, warum kann ich nicht mehr sprinten? Warum sneak ich? Hä, habe ich ein verkrüppeltes Bein? Oh Leute? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum bin ich so langsam? Alt? Doppelalt? Hallo? Hallo? Ich habe kein Geld für den Radar. Okay, also Osaf ist tot. Manu ist tot. Zombe... Hat er... Manu... also Manu hat Zombe gesehen und... Jesus. Und Paluten? Paluten? Okay, Paluten ist wahrscheinlich tot. Haben sie wieder den Anfänger getötet. Ist nicht nett. Ich hätte gern die Kamera. Oh. Fuck! Ey, Mondado, da steht die ganze Zeit an meine Leiche und die Items, die ich hatte. Ja. Ich habe die... ich habe die kurz gesagt davor gesehen, bevor der... bevor Jesus reinkam. Ah, fuck. Mondado, tötet dich. Mondado, ich muss sagen, die Minigun ist nicht so die coole Waffe. Nee. Aber warum konnte ich nicht mehr rennen? Tut mir leid, Paluten. Weil die Minigun nicht langsam machen. Aber... Ach, hast du ihn umgebracht, Zombe? Okay. Du hast das aber noch nicht angeschossen? Ja, ich war's. Das ist so verlockend. Ich habe gerne Fässer. Ich bin in den meisten Späten. Ah, komm her. Ja, weil ich nicht aimen kann. Komm in den Raum, komm in den Raum. Weißt du, war sie meiner? Nein. Da unten in den großen Raum, wo vorhin das Finale... Ich werde angeschossen... Ach, hallo. Was ist denn hier vorgefallen? Ich habe nichts gesehen. Hallo. Hallo. Wollen Sie ein Verhör machen? Ach, nein. Ach, da hat jemand geschossen. Ach, Leute. Warum schießt ihr denn immer auf mich? Ich kann mich nicht bewegen, Urshaft. Geh da bitte weg. Ich kann mich nicht bewegen. Nein. Ich bin festgegangen. Leute, wo ist denn da schon wieder die Ex? So, warte mal, Pidesse. Ganz ruhig. Hier gerade aus. Mardado. Mardado schießt. Mardado ist es. Ja, ich bin mir gar nicht... Der liegt noch. Oh, oh. Oh, Alter. Hier ist ja eine... Alter, Leute. Checkt mal. Leute, legt doch mal die Waffen nieder. Nein, nein, nein. Legt doch mal die Waffen nieder. Nein, nein, nein. Legt doch mal die Waffen nieder. Hallo. Und jetzt eine Rifle. Geh weg. Hallo. Nicht auf mich schießen. Okay, danke. Ja, alles, alles gut. Ich habe hier gerade... Geh weg von mir. Ja, ja. Warte, gib mal Mardado mit, okay? Ja, geh weg. Warte. Ehh. 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 Mardado. Oh, yeah. Ah, nee, warte, da hinten war doch jemand. Moment, ich bring dich nochmal zurück. Oh, hier geht's auch rüber. Ehh. Wollen Sie... Kann sie mir noch nicht helfen? Kein Problem. Warte, bitte. Helfen Sie ihm bitte. Das geht eigentlich ganz einfach. Helfen Sie ihm bitte. Ich spring doch. Was mache ich denn? Springen und ducken. Gleichzeitig. Genau. Ah, alright, alright. Hast du reingeguckt? Ja. Hey, warum wird mir... Ja, aber warum wird mir das nicht angezeigt, wenn ich Tab drück? Hä? Ah, ich bin wie ein junger Hase hier. Warte, E drücken. Du musst einfach E drücken. Siehst du doch. Okay, ich nehme an, Paluten ist es nicht. Der steht doch nicht bei mir. Oder so freundlich. Ey, da steht noch ein Tee drin. Teeee. Könnte aber auch ein geheimer Plan von mir sein, um dich zu verwirren. Alter. Weil ich so ein Maßarbeit bin. Ich glaube, der verarscht dich. Nein. Doch, da steht ein Tee drin. Eindeutig. Da steht kein Tee. So. Und jetzt leg ich mal Anu zu Manu. Passt doch. Oh. Okay. Ich sollte... Oh Gott. Ich mach ne Seebestattung. Sollte Parkour machen. Also entweder hat Maudado Manu getötet oder Ursa. Oh warte, hier war ja ne Heal Station. Okay Leute. Wo seid ihr eigentlich alle? Also ich beobachte dich die ganze Zeit, wie du hier rumkletterst. Ich bin Maudado. Ich bin Detective. Deswegen kannst du gar nicht... Hä? Oh mein Gott. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich komm jetzt einfach mal zu euch und fall vielleicht die Leiter runter. Hallo Paluten. Ich bin Maudado. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Hi Schatzi. Mach dir doch nicht für den Kopf rein. Siehst du dann den Tee? Gut und selbst? Hä? Wie geht's gut? Nein, du hast keinen Tee. Ja also... Schatzi. Okay, okay. Wenn du auf mich... Ich hab ne Crowbar. Wollen wir ein bisschen hier... Paluten pass auf, dass du nicht erschossen wirst von Sunbay und Ursaft. Aber er hat doch selber nur so ein komisches Ding in der Hand. Nein, ich geh's Wasser. Ich hab... Ich hab so ein... Luxemburgisches Gefühl. Ja, aber kann man das als Schutzschild benutzen? Nein, das ist ein Explosionsfass. Geh da weg. Versuch's... Schieß mal aufs Explosionsfass. Oh Gott dammit. Warte, aber ich kann doch hier... Jaja, schieß. Schieß einfach, schieß. Schieß drauf, schieß drauf. Schieß. Schieß. Oh, ich hab's überlebt. Hau da, du saved my life. Du hast Schieß gerufen, ich durfte. Jajaja, passt. Geh mal wieder. Kann ich auch das einfach nehmen? Das ist ja awesome. Ja. Du hast so einen Magnetstick auf 5. Alter Junge, ich geb dem Ding hier... Oh, geh jetzt runtergefallen. Das tut mir natürlich lau. Hau da, ich gewinn die Runde mit dir. Wer hat gewonnen, wenn die Zeit abläuft? Na wir. Wir. Wer ist wir? Niemand. Die Innos. Wenn unten links also bei euch Traitor steht, dann solltet ihr euch langsam überlegen, wie ihr uns umbringt. Also beziehungsweise... Ja. Doch, doch. Okay. Ich geh jetzt einfach in irgendeine Ecke und setz mich hin. Warte. Es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall O-Saft. Warum? 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 Weil Maudado und Manu beide in dem Gebäude gestorben sind. Hallo. Ja und? Hallo. Und Maudado ist nicht wahr. Ich kann mal was riskieren. Oh ne. Paluten. Aua. Chachaching. Chachaching. Ich bin Maudado. Ja. Easy get wrecked. Hä? Wer war's jetzt genau? Ich hatte noch viel mehr Zeit. Auf einmal wurde da ne komplette Minute geklaut. Hä? Wer war's jetzt genau? Der Verluten in Maudado. Maudado hatte mich erschossen und dann hatte ich keine Munition mehr. Und bin auf Odin Acker auf Jesus losgegangen mit meiner Kroba. Also Odin da war ein Tee drin. Hä? Bei mir wirklich nicht. Achso, ich hab einfach nur gesagt, dass es war keine Tee drin, weil ich spannender machen wollte. Danke, dass ihr euren Detektiv so unterstützt. Das nenne ich Support. Und dann auch noch als Inno. Jesus hat mich die ganze Zeit so angeguckt, während du dich geheilt hast. Kann ich ihn jetzt erschießen oder nicht? Genau, ich dachte ich probier's mal aus, Maudado, wie ich mich einfach heilen kann. Okay. Mach doch nicht die Bauarbeiten von den armen Bauarbeiten kaputt. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Warum die Rüfe von mir? Ich hab's gar nicht sicher. Ich hab's genau gesehen, ey. Warte. Nein! Mein Lebenswerk. Warum? Dein Lebenswerk, weißt du? Alter, wer ist hier auf K? Was hier einmal geändert? Oh. Manu? Wo ist er? Höre! Hä? Achso, du warst... Warum habt ihr ihn jetzt erschossen? Hey Freunde! Geh weg, geh weg. Achso, Moment, Moment, Moment. Okay, warte. Ich häng ihn hier vor als Warnung. Mal Huten schießt. Ich muss doch meine Waffe festen. Hä? Okay, okay, okay. Alter, klasse. Nein, ich hab nur das Fass kaputt gemacht. Äh, war er denn Traitor? Achso, nee, war er nicht. Warte, Urshaft. Hier kam eine Granate, geflogen. Ich bin ja irgendwo. Nein, nein, ich hab Angst. Ich hab gerade jemanden, entschuldigen, getötet. Komm, komm. Der auf mich geschossen hat. Oder war das Manu, der auf mich geschossen hat? Ne, ne, ne. Er hat beschossen und... Manu, irgendwie glaub ich dir das nicht. Oh, Mordalo. Wie komm ich eigentlich zu euch rüber? Ich glaube, es ist Manu. Da ist ein... Manu? Wow, da fliegt ein Fahrrad, Freunde. Ach, Mordalo, bleib einfach draußen. Ja, 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 warte. Komm, komm, komm her. Nein, Mordalo, bleib einfach draußen, Mordalo. Das macht schon gar keinen Sinn mit dir zu reden. Ähm, nur ne kurze Frage. Ich hätt hier ganz gern die Shotgun. So. Oh, dann muss ich ja meine Waffe wegwerfen, ne? Fuck. Ja, mit Kuh. Ja, mit Kuh. Danke, Leute. Bitte. Alter, krass. Kann ich jetzt raus? Ja, ja, du kannst... Hier, kannst mal angucken. Ich hab hier ne Ausstellung. Mordalo, dann leg deine Waffe erstmal weg. Okay, wenn du mich nicht tötest. Ja, mach ich auch nicht. Oh, auf mich wird, glaub ich, geschossen. Mordalo, leg deine Waffe mal beiseite. Mordalo, leg die Waffe... Oh, scheiße, du bist Detektiv. Hä? Ich, ich, ich... Ich war das nicht. Das war ich's. Tschuldigung. Ach, Mann. Hä? Und du bist Inno? Ja. Hä, Manu hat doch... Hä, von wo hast du ihn erschossen? Manu hat doch noch geschrien, dass es Mordalo ist, bevor er gestorben ist. Und dann ist Mordalo Detektiv. Wann war keine Waffe denn überhaupt alles tot? Also ich versteh grad überhaupt nichts mehr, muss ich sagen. Wer lebt denn noch? Leute? Ich, ich lebe noch. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Paluten. Also Paluten... Ich bin ziemlich neu in dem Spiel. Und, äh, dementsprechend hab ich ein bisschen Angst. Weil ich lauf hier eigentlich nur von links nach rechts. Und weiß nicht, wie ich hier zum Beispiel auf die andere Seite komme. Ja. Und das sind überall so kleine... Brücken. Guck mal, hinter dir bin ich. Hier. Du bist hinter mir? Hier da. Ada. Ada, hi Sir. Hi. Achtung, über den... Oh, Alter, das war ein Antat. Ja. Was war denn da los? Das ist dieser, dieser gemeine Saft. Das war ein Antat, Alter. Junge, was ist denn hier los? Das gibt's ja nicht. Wie komm ich denn da hoch? Oh, wir haben... Oh, ja, wie gut ich das gemacht habe. Ja, du warst echt überzeugend. Komm mal mit Paluten, geh in die Richtung. Ich hab da was gesammelt. Er wollte Mordado tönen. Vielleicht schafft mir das rechtzeitig hin. Ach nee, da ist zu. Guck mal, da ist normalerweise hier eine Brücke, aber die kann man wegschießen. Die hat irgendjemand entfernt. Da hatte ich jemanden geprankt. Ich wollte Mordado verhaften und du hast Mordado während der Verhafte... Ich glaube, Udi war wegen dem Clan-Tech verwirrt. Ja, zumal er hatte ein ganz ganz kleines Fenster, wo er immer mal wieder ein Gesicht gesehen hat, wo er durchgesniped hat. Ja, und da war dann wohl dein Gesicht. Hey! Guck mal, da hinten Paluten. Paluten schoss. Hallo Freunde! Hey, warum hast du gerade geschossen? Paluten schossen. Ich wollte meine Waffe testen. LOL! Wer war, wer? Das war aber nicht Zombie. Nee? Das war er hier aber auch nicht. Das kann ein Enderperlchen nicht gewesen sein. Enderperlchen? Das heißt, wir sind schon mal unschuldig, was es angeht. Ich bin ein zarmes Enderperlchen. Ah, der da oben! Ich bin Detektiv! Also Mordado. Hey, ich wurde angeschossen. Hä? Ich wurde... Ich bin vergiftet! Es ist Enderperle! Es ist Enderperle! Also, Ursav, der hat auf mich geschossen. Sicher? Ja. Lol, ich hab mir gerade selber Schaden zugefügt. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ja, ich komme hoch. Fuck. Ja, dann heil dich. Ich hole dir eine Healing Station. Ich beschütze dich. Geh da rein! Geh da rein! Nicht da hinstellen! Ja, ich bin gerade am Kaufen. Warte, zum... Hat der gerade irgendwo hingeguckt aus dem Fenster oder was? Nein, der hat auf mich geschossen. Achso, ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht mal gewusst, dass er da ist. Ja, dann wärst du ihn vergiftet. Ja, ne? Ja. Aber du hast auf mich geguckt, Ursav. Ich hab nicht einen Schuss abgegeben. Hä? Du hast auf mich geguckt als Einziger. Ursav hat gar nichts gemacht, die Runde. Oh nein. Ja, ich hab ja gerade in den Chat, in den Shop geguckt. Oh shit. Wie du hast in den Shop geguckt? Achso. Hab ich dich erwischt? Ah, schade. Oh, Alter, du crazy. Detective Place sag ich da nur. Oh! Ah, Manu. Ich bin bei Manu. Wenn ich sterbe, ist es ja Manu. Oh Gott, oh Gott, geht da nicht raus. Hier sind überall... Da sind auch Explosionsfässer. Warte, warte, warte. Okay, okay. Ah, auf mich wurde... Oh, ah! Auf mich wurde geschossen. Ich hab 36 KP's. Achso, du bist da drin. Ich bin Inno. Ich bin Inno. Mach die Tür zu. Geh rein, geh rein. Mach die Tür zu. Wer hat denn geschossen auf dich? Ich weiß es nicht. Ich bin rausgegangen. Lass mich rein, Leute. Ich möchte eine andere Waffe... Ja, heil ihn ein bisschen. Okay, okay, Herr Detective. Ich lege meine Waffe rein. Heil ihn mal. Ich glaube, er ist Inno. Er hat gerade Schaden bekommen. Ich möchte auch ganz nett zu Ihnen sein. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Okay. Ich glaube, es ist Zombie. Die Lampe muss an sein beim Verhör. Ach, jetzt bin ich's wieder. Ich glaube, es ist Zombie. Okay, der hat gerade ziemlich lange auf einer Stelle gestanden und nicht... Also... Ich habe eigentlich Maudado leiser gestellt, weil er gerade so laut geschrien hat. Also... Alter, jetzt bin ich auch traitor. Alter, wie leiser muss ich dich noch stellen, Maudado? Alter, hier wurde gerade jemand getötet. Okay, Maudado ist wirklich ziemlich laut. Hä? Wo denn, Mann? Anstatt, die ihm mal was sagt, wer das ist. Und im Haus scheinbar. Ach, hier kann man sogar durch. Leute, wo seid ihr eigentlich alle? Oh. Oh! 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 Aua! Wurde gerade... Oh Gott! Hä? Sorry. Warum ist Paluten gerade runtergelaufen in den Tod? Warum lacht Manu dabei? Wenn Paluten stirbt. Weil ich gerade total dumm war. Gerade etwas Schreckliches getan. Ist... Oh, die Waffe ist nicht präzise. Tu einfach so, als hätte ich auf dich geschossen. Auf mich? Ja, ich... Es müssen ja zwei Traitor sein. Und alle anderen sind irgendwie tot, glaube ich. Ja, aber ich bin nicht Traitor. Wirklich nicht. Sonst hätte ich dich ja nur umgebracht gerade eben. Weißt du denn? Wer lebt denn noch, Manu? Ja, du... Ich leb noch. Du, Manu und ich... Ich bin noch der Traitor. Wer war Detective? Äh... Usaft. Ja. Freimbar. Also seid ihr beide noch Traitor? Ja. Haha. Wo kann man es aussehen? Wo kann man es aussehen? Wo kann man es aussehen? Hätte ich dich mal abgeknallt. Ich habe dir die Ausrede abgekauft. Was für eine Ausrede? Mit Maudado-Laser-Stellen. Achso. Hä? Ja, so eine Fickscheiße. Na. Haha. Na. Freedible. Also wer ist jetzt böse? Manu und du. Haha. Also ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher. Es ist... Ich glaube es ist... Es ist Zombie. Nein. Oh nein, danke. Jesus tötet mich. Ja, wenn du auf mich schießt. Ich treffe nichts. Ich treffe nichts. Zombie war es. Hast du ihn gekillt? Ja. Ja. Warum schießt du auf mich? Sehr gut. Da muss doch ihm wer leben. Da muss noch ihm wer leben. Warum hast du auf mich geschossen Zombie? Was ist mit Paluten? Was ist mit Paluten passiert? Ich habe gedacht, er ist gestorben. Du hast doch gelacht. Nein. Hä? Du hast gerade eben gelacht. Als... Maudado lebt noch. Maudado lebt noch. Maudado lebt noch. Es ist Maudado. Wo, 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 wo? Ja, was weiß ich? Hier unten. Ja, sag doch irgendeinen Ort. Unter so einem Gebäude, wo ich am Anfang gegen Zombie gestorben bin. Ja. Geil. Geil. Genau. Da rennt er natürlich noch. Oh fuck. Oh. Hast du den... Nein! Ich war Maudado. Ich habe mich als Maudado getan. Er ist einfach runtergefro... Hä? Warum? Ich hatte Panik und dachte mir, das Einzige, was richtig ist, ist der Freiton. Und dann bin ich halt außer sich... Ach du bist runter... Du bist auch runtergesprungen. Paluten? Du warst jetzt mal Raketenwerfer, oder? Nee, nee. Das war ich mit dem Maudado. Ach so. Warum hast du auf mich geschossen? Hier von Zombie. Keine Ahnung, weil ich nicht dachte, dass ein Traitor sich selber umbringt. Nee, nee. Das ist ein Traitor-Item. Ich hätte dich doch gekehlt in der Zeit. Ach so. Ich wollte kurzzeitig sagen, ach Manu, Mensch, du hast einen Raketenwerfer. Und dann dachte ich mir jetzt, okay. Vielleicht ist es ein Traitor-Waffe und das ist ja okay. Woher hast du denn den Raketenwerfer, Manu? Du hast doch einen schönen Raketenwerfer. Ist der neu? Wir zeigen dir jetzt mal die ganze Map. Also, hier ist das Turmviertel. Das sind drei kleine Türme. Dann gehen immer Sniper drauf und fühlen sich dann cool. So. Kannst ja mal runterkommen, wenn du das schaffst. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Kann man mal... Okay. War das ein Anschlag auf meinem Leben? Warte, du kannst es nochmal probieren. Nein, nein! Oh, oh, oh. Da hinten, da hinten. Ist Odin, Odin, Odin. Odin, Jesus, es ist Jesus. Hä, was? Der hat auf meinen Kopf gezielt. Oh nein, Hilfe. Peng, 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 Peng. Ich komme. Ich bin Inno. Ich bin Inno. Und wer hat mich erschossen? Osef, guck mal. Ich hab ein Messer gefunden. Wir zwei sind Inno. Ich hab ein Messer gefunden. Leute, Leute, Leute. Der Typ hier oben auf dem Dingens ist wirklich Inno. Ich hab Osef. Ich bin auch Inno. Es ist weg das Messer. Ist kaputt gegangen dabei. Oh, lol. Warte mal. Das ist glücklich. Warte mal, Entsorg den mal bitte. Entsorg den mal. Ja, mir kann man vertrauen. Äh, Detective. Hast du die Punkte rausgesogen? Guck mal, Manu. Ja. Achso. Hey. Das ist ein Täter. Hast du ihm das gegeben? Moment mal, es muss ja. Was? Ob du ihm das gegeben hast? Nee. Ich, ich persönlich verdächtige ganz stark Manu. Ui. Weil das grad irgendeine Leiche explodiert. Ich bin's aber nicht. Ich bin's aber nicht. Das grad irgendeine Leiche explodiert. Einfach so random. Hä? Oh, echt? Achso, hier ist Mordado. Hier ist Mordado. Das ist aber normal, oder? Wo? Hä? Warum schießt du mich an? Warum? Führst du zurück? Hä? Ich hab gar nichts getan. Warum lag denn eine Leiche? Doch, 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 doch. Hast du eine Heal Station? Doch, 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 doch. Manu ist eine Leiche explodiert. Warum lebt Manu noch? Nee, ich glaub Manu ist es. Aber wer lebt gar nicht mehr, oder? Manu, hast du eine Heal Station? Ich kann ja eine geben. Leute, du bist es auch nicht? Hä, WTF? Ja, als Oppo. Ja, Manu, als Oppo. Da lebt Klaus noch. Da lebt Klaus noch. Wie soll das denn sonst gehen? Ja, ich weiß nicht. Ja, dann bist du's. Dann bist du's. Ich bin es nicht. Ja, als Oppo. Warte. Warte. Alter, ist die geil. Oh nein. Ja. 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 Maudato, ich hab gar nicht auf deinen Kopf geschossen. Du hast aber in meine Richtung geschossen. Hä? Warum, warum war denn da einer tot auf einmal, Zombie? Hä? Was war das nicht? Hä? Ach so, den hab ich getötet. Ja, du hast doch in meine Richtung geschossen, Moritz. Ja, ich wollte das Fass in der Luft treffen. Ja, das vor mir war. Nein, das war in der Luft. Das war zwischen euch beiden. Ich wollte das schön mal in der Luft treffen. Also, es lag direkt vor mir. Jetzt haben wir jetzt direkt vor mich geworfen. Ich wär direkt in der Luft. Ja, ich wollt ja vorher in der Luft treffen. Ach so. Aber Stryker-Sport finde es nicht so geil. Ich hab mich gejuchtet, dass ich mich vor dem weg teleportiert hab. Nur, nur, dass ich das so verstehe. Du hast den erschossen, weil du dachtest, das wär ein Traitor, oder wie? Nein, ich hab Odin getötet und der hat das Messer gedroppt. Ne, ich hab Odin getötet. Und dann hat Zombie mich einfach geschnitzt. Genau. Da fand ich Insta-Killer auf meinem Bildschirm. Aber viel besser fand ich Zombie, als er auf Manu geschossen hat. Ja, du schießt zurück. Ich bin Detective. Oh, okay, ich beschütz dich. Ne, Manu, wenn du mich beschützen willst, dann sterb ich immer. Manu, geh weg. So, hi Leute, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Maudado, wo bist du denn? Ich hab an der Tür geklingelt. Ja, das freu mich gerade auch. Wo ist Maudado? Maudado, wo bist du? Oh, da ist ein Fass, da ist ein Fass. Er hat's einfach zu uns rüber geworfen. Das war Zombie. Nö, 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 nö. Aber Zombie. Warum tust du sowas? Oh, da hat er eine Kamera aufgestellt. Okay, ich glaub ich weiß in welchem Raum du bist. Maudado? Maudado, oh. Warte. Oh Gott. Der hat sich mal in die Kamera hingestellt. Ja, ja, ich kann die immer wieder setzen. Der ist bestimmt davor, der ist bestimmt davor. Nein, 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 nein. In der kleinen Kamera, oder? Da, 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 da. Da, 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 da. Baluten, Achtung. Ach, da, was? Wo hast du die Kamera dann hier gemacht? Warte, 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 warte. Maudado. 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 Was kann man hier noch aufsammeln? Alles. Ja, okay. Ja, könnt ihr die Leiche mal untersuchen? Ne, das nicht, den Brunnen nicht. Welche Leiche? Aber guck, wenn du dich drehst oder los bist, kannst du es noch werfen. Warte, ist Usaf tot? Nö, ist Usaf? Oh, okay. Ja, dann kann man auch Leuten wehtun. Hier ist eine Leiche in der Luft. Ja, da war der Brunnen weg. Guck mal, Maudado. Warte, 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 warte. Das ist keine Leiche, das ist keine Leiche, aber eine Person. Achso, nein, 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 das ist von der Map so. Das ist Maudados Kind. Ja, das ist Maudados Kind. Usaf, was war? Ich hab dein Kind ausgetragen, Maudado. Lass mich rein, ich komm rein, ich komm rein. Geh weg. Was macht ihr hier alle? Bist doch ähnlich, Inno. Doch. Wenn ich sterbe, ist es Manu. Wenn ich sterbe, ist es Manu. Ich seh alles, gell? Ja, das ist eben, deswegen ständig ich auch hier hin. Ja. Ja, dann unterhal... Was denn? Manu, ich erzähl dir ein Geheimnis. Was ist denn? Komm mal mit. Maudado, wenn ich... Oh Gott. Was war das? Maudado? Ja. Komm mal hier rein. Ich geh mit Manu jetzt hier rein. Alter. Ja, komm mal her. So, jetzt mach... Töt mich, wenn du Trader bist. Sieh, ich bin in der Ecke. Er wurde gerade rausgeschossen. Aber ich muss sagen, die es haut. Odin, lebst du? Ich lebe noch. Ja, es ist leer, die Sniper. Oh Gott. Ach, ich bin beschissen. Paluten. Hier ist übrigens ein Fass drin. Ja, lass raus. Geh mal weg. Geh weg. Warte, ich wollte es anschießen. Vor allem bist du als erstes in die Ecke gegangen. Ja, hallo. Ich hab selbst Probleme. Damit du mich von hinten töten kannst. Leben noch alle? Der, der nicht mehr lebt, sagt jetzt mal nix. Ich leb noch. Hallo? Wird beschossen. Wow. Wir vercampen uns hier. Das ist richtig spaßig. Äh, da ist einer tot. Ah, ja, ja. Da war noch einer anders unten. Ich hab ihn, ich hab ihn. Klaus, geh und untersuche ich. Ja, nein. Klaus, geh und untersuche ich. Wo soll ich hin? Ich wurde angeschossen. Untersuch ihn. Nein, nein, nein. Manu, ich hab dich angeschossen. Da ist noch jemand vorbeigelaufen. Manu. Ja, dann halt mich schnell. Nein, Aua, warum? Da. Maudado hat gesa- Okay, schieß Klaus, Manu. Er schieß Klaus, Manu. Ich bin's nicht. Nein, nein. Es ist, glaub ich, echt nicht. Aber er hat grad Usaft erschossen. Du hast grad gesagt, er ist... Ja, da verstanden einer. Da verstanden welche. Du hast doch grad gesagt, er ist vergelaufen, Maudado. Ist die Leiche hier? Ah, 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 ah. Heil mich mal bitte. Heil mich mal bitte. Bitte nicht mehr schreien. Das, ah, hier ist ne Leiche. Maudado, wir talen mich doch. Sombay is innocent. Wieso ist der denn... Ja, aber wenn's Sombay innocent ist... Wenn's Sombay innocent... Ja, Usaft. Usaft und Paluten wahrscheinlich. Paluten? Paluten ist... Ja, Paluten ist es. Paluten ist es. Paluten ist es. Paluten ist es. Paluten ist es echt? Okay. Paluten war's. Paluten hat grad auf mich geschlossen. Loil. Loil, nice, nice. Alter. Er hat das Fass einfach mitgenommen. Wer war's denn? Ich bin als Fass grad da hingerutscht. Einfach zwischen beide. Loil. Ja, Mann. Hä, warum erschießt du mich? Ich bin doch Detective. Kann man sich als Traitor heilen? Ja, weil du auch vorbei ist. Ja, aber warum? Ne, ne. Das ist doch sinnlos. Weil du versucht hast mich umzubringen. Du sagst, da ist wer. Dann gehst du raus und lädst du töten. Dann tötet Odin. Ja, ne. Ich hab's keine Ahnung. Weil mir klar war, dass du's nicht warst. Irgendwie hab ich gedacht, der Typ, den ihr erschossen habt, muss ja Traitor sein. Und ich hab gedacht, nur noch ihr zwei sind durch. Okay, warte, warte. Aber ich wette Odin ist böse. Ich wette Odin ist böse. Ähm, äh, ja. Deswegen hab ich... Traitor! Manu? 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 Oh nein. Oh nein. Okay, Odin, Odin, es tut mir leid. Du kommst. Wir nehmen dich dafür mit. Leute, der kommt als nächstes. Wir fragen den Nächsten. Ja, ich will auch gefragt werden. Ja, okay, okay. Palu, willst du mich töten? Tommel? Tommel? Geh weg, das ist gefährlich. Nein, nein. Bleib sie stehen. Hör sie auf damit. Er ist Traitor. Ich hab aufgehört, ich hab aufgehört. Alter. Manu ist einfach in den Club rein. Manu ist einfach in den Club. Ich bin doch gar nicht... Man muss doch in dem Haus drin sein, um es zu sprengen. So, okay. Bleib stehen, bleib mal stehen. Okay. Und guck Maudado an. Ja? Hahahaha. Hast du mich gerade geschoben? Ja, hab ich. Ey, ohne Witz, Leute. Ohne Witz, wenn sie mal ganz ernst haben. Erkennt die genau, unterhal dich! Klaus, warum bist du tot? Man kann nie mehr Innergames-Folgen haben. Oh Gott! Was ist denn eine Leiche? Oh Gott, wer schießt denn? Das war ich gerade. Das ist ja noch ne Leiche. Manu, Maudado, Maudado. Ich bin es nicht. Wer ist es denn? Die sind nur mal Leichen. Ich bin es nicht. 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 Okay, paar looten. Hä? Hi. Na? Was ist das beste Spiel 2015? Sag Max Payne. Ähm, für mich The Witcher. Ach nein, das ist falsch. Nein! Warum geht es denn? Aber Witcher fand ich auch gut. Ja, Paluten. Da hab ich auch viel Gutes von gehört. Ich muss vielleicht mal meine Frage beantworten. Ja, meine Frage war, hast du schon mal einen Menschen umgebracht? Ja, okay, Traitor. Bam, Headshot. Aber Paluten, richtig wäre ja alle Spielmodes aufm Gomme. Ja, ja. Manu, ich hab ein Geschenk, das dir beweisen soll, dass ich... Ich bin Detective. Ja, ich war's. Ja, ich war's. Ach, du hast schon ne Shotty. Ich wollte dir ne Shotgun stecken. Komm mit. Wir machen ein Quiz. Manu, willst du mitmachen? Was? Nee. Und irgendjemand hat drauf geschossen. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich war's, der Detective. Hallo? Ja, nice. Ja, aber warum? Ich komm zu dir. Ich komm jetzt zu dir. Ja, die sind gefährlich. Damit kann man Leute umbringen. Also, stell dir mal vor, du bist so auf dem Marktplatz und einer läuft mit einer Bombe rum. Was würdest du da machen? Aber nein, nein, nicht anzuschießen. Das ist doch keine Bombe, das ist... Ach, die Tür zu, Ota. ...explosivem Material. Darf ich mal vorbeißen? Ja, von allein explodiert das nicht. Sommi, der muss so ein bisschen differenzieren. Also, ganz ehrlich. Geweck, du Atem-Täter. Hallo? Atem-Täter-Winger. Geweck! Schlag den! Nein, Manu, er ist doch fast tot! Alter, du meinst, ich hab's nicht. Paluten. Warte, Paluten, Paluten, Paluten. Aber wartet, wartet. Ich hab ein neues... Da ist ein Fass. Geh da weg, geh da weg. Vorsicht, Leute, Vorsicht! Vorsicht, Alter! Oh ja, geil, geil. Ich bin halt tot. Hast du's abgeschossen? Ja, einfach Traitor. Ja, hab ich. Warte, mach zu. Ich versuch, hol dir die Punkte raus. Ich drück, aber ich blockier's die gleichzeit. Oh Mann. Hallo? Oh, da ist noch einer tot. O-Soft oder Mordado. Wo? Wo sind die? Okay, Klaus, ist der andere Traitor? Nice. Hey, ich bin doch neben euch. Klaus, du bist doch bei uns. Ja, ich weiß. Au. Manu? Ja? Willst du Skill haben? Ja, 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 ja. Kann ich mich irgendwo... Ah, hier ist heilen. Klaus, heil dich! Ja, mach. Ich hab mein eigenes Leben riskiert, indem ich dich angeballert habe. Naja, eigentlich waren die die letzten drei. Oh Mann. Hey! Der Detective ist es! Warte, 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 Warte. Wir beide waren einfach innocent. Ah, das Fass hat uns aufm gewissen... Ach, ihr seid beide gestorben. Ja! Achso, Osas hat so lange danach noch geredet. Hä, nein. Jetzt hat keiner mehr von den beiden geredet. Ich hab gar nicht mehr danach geredet. Hä? Er hat gekichert. Wie ein Mädchen. Achso. Jetzt mein ich ja. Ich dachte, deswegen lebt er noch. Nein. Hehehe. Und Manu... Einer von den beiden stirbt. Manu geht erstmal auf mich. Makes sense. Ja, weil sonst Jeroen ja vorbei wäre. Deswegen ja. Oh, Mordado, mein Karma ist nicht mehr so gut. Hä? Hab ich grad was abgezogen? Ach, du wusstest, dass beide tot waren? Nein, nein. Dass einer zumindest tot ist. Und dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du es bist. Ja, du hast doch die Tür ab, Mordado. Ja, eben. Eben. Das ist es eben. Das ist 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 eben.